Guten Morgen meine liebe Schüler, wie geht's euch? Heute wir lernen Lektion 2 über Schulsachen. Die Schulsachen Bleistift Der Bleistift Das ist der Bleistift. Buch Das Buch Das ist das Buch. Buntstift Der Buntstift Das ist der Buntstift. Federmäppchen Das Federmäppchen Das ist das Federmäppchen. Heft Das Heft Das ist das Heft. Kleber Der Kleber Das ist der Kleber. Das ist der Kleber. Lineal Lineal Das Lineal Das ist das Lineal. Mappe Die Mappe Das ist die Mappe. Radiergummi Radiergummi Der Radiergummi Das ist der Radiergummi. Das ist der Radiergummi. Schere Schere Die Schere Das ist die Schere. Schultasche Die Schultasche Das ist die Schultasche. Die Schultasche Spitzer Spitzer Der Spitzer Der Spitzer Das ist der Spitzer. Das ist der Spitzer. Der Bleistift Der Bleistift Das Buch Der Buntstift Der Buntstift Das Federmäppchen Das Heft Das Heft Der Kleber Das Lineal Das Lineal Das Lineal Das Lineal Das Lineal Die Mappe Der Radiergummi Die Schultasche Der Radiergummi Die Schultasche Der Spitzer Das Video Das Video ist fertig. Das Lauf